Hallo! Willkommen zurück zu Darksciers! Wir sind wieder in der Wüste unterwegs und... Wir sind Gegner. Wow, Morty! Toll! Oh! Ich mag diese Stelle, wo man die einfach runterkicken kann. Da müssen wir lang, also gehen wir erstmal hier lang. Gut. Schön, dass wir es gemacht haben. Wow! Well done! Hm. Indiana Jones wäre so stolz auf dich. Kommt hier jetzt nichts durch die Decke? Achso, hier gibt es gar keine Decke mehr. Sehr beruhigend. Oh. So. Kommen wir von noch mehr. Sieht nicht so aus. Irgendwas kommt auf uns zu. Es ist der Wurm. Den können wir inzwischen auch markieren. Das heißt, der Moment des Kampfes ist gekommen. Wie solches Gefühl ist es ein Bosskampf, der mit Rätseln zu tun hat? Du lauf! Schneller! Das ist jetzt echt die Frage. Muss man wirklich warten, bis er irgendwie ganz hinten ist oder so? Oder? Ich glaube, das war dumm. Ha! Loser! Kann ich jetzt aufhören zu zielen? Danke. Und jetzt. Was soll schon passieren? Ah! Man muss echt warten, bis der ein bisschen weiter weg ist. Das hat echt Schwierigkeiten, glaube ich. Das sieht immer so verdammt knapp aus. Oh oh. What the fuck? Der war echt schon da. Aber er hat es irgendwie verkackt. Ich weiß nicht genau warum. Aber er hat es getan. Okay, wo taucht da wieder auf? Ganz hinten, sauber. Hä? 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 Go, Krieg! Du schaffst es! Das ist immer so knapp sein! Ah! Ich hasse solche Sachen! Okay, er ist ziemlich weit weg. Das schaffen wir. Glaube ich. Oder? Das sieht ganz schön weit aus. Schon wieder! Keine Panik, keine Panik, keine Panik, keine Panik! Nein, das war nicht knapp. Ganz bestimmt nicht. Hä? Wahrscheinlich dürfen wir es gleich jetzt nochmal machen. Nur obendrauf auf diesen Plattformen. Die hatten immerhin auch noch ein Dach. Lass mich raten. Haufenweise Gegner. Oh nein! Nein! Es kommen Gegner! Tut mir leid Jungs, aber ihr seid keine Herausforderung. Hey Leute, kennt ihr eigentlich das noch? Ach ja. Fingerfood. Ich seh nix. Aber vielleicht brauche ich das auch nicht unbedingt, war. Ups. Oh nein, ich wurde getroffen. Ich hätte mich auch gewundert, wenn es das gewesen wäre. Na gut, wir kämpfen einmal gegen den Typen. Ich hab eigentlich ausweichen gedrückt, aber na gut. Dann nicht. Was ist denn mit dir bitte? Au. Na gut. Hi. Tschüss. Ich glaub, die waren eh schon fast tot. Ist noch ziemlich äh, gleichzeitig gestorben. Hm. Frakturkanone. Schießgezackte Splitter, die sich in die Oberfläche bohren und detonieren, wenn sie ausgelöst werden. Drücken sie RT, um ein Splitter zu schießen, drücken sie LT, um sie detonieren zu lassen. Was mit denen, die da schon liegen? Okay, man kann also vier Dinger schießen, danach ist eigentlich so ziemlich sense. Also, um Umgebung zu zerstören, ist das schon mal lustig. Äh, kann ich die Tür damit aufsprengen? Nup. Okay. Erstmal kurz weg damit. Ja, weil ich Leben unbedingt brauche. Kann man hier durch? Nö. Ist auch noch rot. Nehmen wir das Ding mit oder nicht? Ich bin noch nicht sicher. Und was mich auch interessieren würde, kann man die Dinger da oben runter holen? Ups. Kann man tatsächlich? Oh. Ist ja lustig. Man kann hier die Lampen runterschießen. Äh, ich weiß, es dauert jetzt ein bisschen dahin zu laufen, aber ich würde das Ding gerne mitnehmen. Uiuiui. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Oh oh. Also, das Ziel könnte echt ein bisschen weniger langsam sein. Uiui. Ups. Tschüss. Weil hier oben hätte noch eine gelegen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Ist er tot? Das sieht zumindest danach aus. Mach dich schön. Ey, guck mal, was da oben bei ihm hängt. Schade, hat nichts gebracht. Hm. Hm. Ich mag das Ding. Macht Spaß. Ich würde jetzt nicht das ganze Spiel damit rumlaufen wollen, aber es ist schon lustig. Kann ich das da abschießen? Sieht aber so aus, wer da oben war's. Ist da oben was oder nicht? Ach ja. Oh fuck. Und jetzt genau muss ich das Ding natürlich wegpacken. Uh. Tja. Na? Ich habe nichts gedrückt. Ich wollte nur mal gucken. Oh. Die kommen mal so überraschend. Kommt da noch einer? Grad nicht. Okay. Die Stelle macht grad richtig Spaß. Find ich gut. Find ich richtig, richtig, richtig gut die Stelle. Wusste ich doch. Ich hab was gehört. Der war wohl nicht so ganz tot gewesen, wa? Tut mir leid. Ich bin grad irgendwie ein bisschen schweigsend. Aber auch daran, dass ich grad nicht... Ich weiß, was ich über die Gruppe zu erzählen soll. Ah ne. Ich sag jetzt nicht, wir müssen das Ding weglassen. Okay. Du hast die Brücke kaputt gemacht. Das find ich nicht lustig. Fall wieder runter. Wow. Gut getroffen. Finde ich. Oh oh. Na 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 na. Die können mit ihren eigenen Waffen nicht umgehen. Die sollten sich verschämen. Oh, das Ding verbraucht grad echt ganz schön Leistung. Das Spiel. Wir fürchten dich nicht. Nicht. Die Waffe find ich irgendwie besser als die erste, die wir mal hatten. Au. Au. Einfach nur ein bisschen von links nach rechts laufen. Schon haben die keine Chance mehr. Das ist irgendwie lustig. Wieso machst du schon auf? Ich war noch gar nicht fährt. Ja, ich werd nebenbei getroffen. Da hinten. Das ist sehr nett. Geh mal weg. Papa muss was klären. Da hinten. Na? Haha. Tschüss. Wie viel Kram hier inzwischen einfach rumliegt. Ich muss mal kurz einsammeln gehen. Wir müssen ein bisschen leben. Können wir ja gebrauchen. Erstaunlicherweise. Haha. Einfach zu cool. Im Ernst jetzt. Kommen schon wieder welche. Achso. Falte Taste. Entschuldigung. Oh oh. Na gut. Splash. Die Kiste haben wir auch. Oh man. Ist hinter uns irgendwie noch einer? Ich hör immer schon wieder was. Nö. Das bildest du dir alles nur ein, Marty. Ganz schön zerfetzt. Achso. Können wir nicht mal was mitmachen. Ach. Ganz ehrlich. Wir gehen da jetzt mal ein bisschen zu Fuß. Was heißt zu Fuß? Es ist sowieso zu Fuß. Aber. Ja. Komm. Haut ab. Tschüss. Pff. War hinter uns nicht noch einer? Achja. Da kommt er. Ups. Der hebt immer noch, wa? Ja. Hier. Vier Stück gleich auf einmal. Guten Appetit. Achja. Wir kommen hier nicht wirklich schnell vorwärts. Äh. What? Verdammt. Wo? Och nö. Wir sind ehrlich jetzt schon wieder hier. Wie nervig. Irgendwie ist es beim ersten Mal besser. Wieso verzieht der denn plötzlich so? Was ist bloß los? Tschüss. Und. Tschüss. So. Ich hab keinen Bock mehr. Wir kämpfen jetzt wieder normal. So wie das ist, dass mir die Waffe besser gefällt. Ich hab keinen Bock mehr. Ah. Ah. Und trotzdem nehm ich es immer wieder hoch. Das tolle ist, wir fallen runter. Dürfen wir alles nochmal machen. Und trotzdem sind die ganzen Lebenstruhen alle schon offen. Ganz schön frech. Ach ne. Wir dürfen gar nicht alles nochmal machen. Das war einfach noch von. Das war noch davor. Haben wir es jetzt bald mal. Verdammt. Wir müssen das Ding hier lassen. Nein. Okay. Zumindest die komischen Dinger. Da hätten wir ja noch kaputt. Normalerweise mach ich das ja nicht. Aber mit dem Ding geht das ja zum Glück relativ fix. Und jetzt fallen wir runter. Hä? Wir haben auch den Wurm immer noch nicht getötet. Hm. Ach wir sind auf der anderen Seite. Okay. Da kommen wir natürlich nicht mehr raus. Ähm. Beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Geh!